Mein Name ist Jeremy Paul, ich komme aus Deutschland, genauer gesagt von Vierenheim. Das ist in der Mitte, eher im südlichen Bereich von Deutschland und ich spiele hier für das Golf-Team und bin im zweiten Jahr. Ich denke, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, für das Team erfolgreich zu sein. Ich habe mich deutlich verbessert in den letzten Jahren oder in letztem Jahr und konnte durch eine konstante Leistung dem Team dazu helfen, dass wir uns dafür qualifiziert haben. Für uns erfolgreich zu sein mit dem Team ist, dass wir eine bessere Konstanz zeigen bei den Turnieren, als wir in den letzten Zeiten oder in den letzten paar Turnieren gezeigt haben. Denn wir haben ein ganz gutes Potenzial in unserem Team. Wir konnten uns bis jetzt einfach noch nicht alle zusammen zur gleichen Zeit abrufen. Und das wäre natürlich schön, wenn wir das schaffen würden bei den Regionals und dann hätten wir natürlich eine sehr gute Chance, uns für die Finals zu qualifizieren. In der Pac-12-Conference zu spielen hat mir sehr geholfen. Ich denke, das sind zwölf sehr gute Teams, die auf einem sehr hohen Level spielen und dadurch können wir uns mit den Besten im Prinzip in unserem Sport messen. Und das hilft natürlich, besser zu werden. Man kann viel lernen und dadurch wird man einfach deutlich besser über die Jahre. Was mir geholfen hat, hier in Colorado zu einem besseren Spieler zu werden, ist die Konstanz oder die Länge der Turniere, die man hier spielt. Man spielt viel häufiger, man trainiert öfters, vor allem im Winter hat man die Möglichkeit, hier noch zu trainieren, durch die Indoor-Facility, die wir haben. Und dadurch, dass man eben das ganze Jahr lang spielt, hilft es sehr, um besser zu werden. Meine ersten zwei Jahre hier waren sehr schön. Ich habe es sehr genossen hier in Colorado. Am Anfang natürlich, wie immer, wenn man sich auf etwas Neues einlässt, muss man sich an viele Dinge gewöhnen. Aber wenn man das gemacht hat über die Zeit und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kann man hier echt eine tolle Zeit haben. Man kann Golf spielen und gleichzeitig auch noch bei einer sehr guten Schule studieren. Wenn man die zwei Sachen unter einen Hut bekommt, dann hat man hier echt eine sehr tolle Erfahrung.